Und wöchentlich grüßt das Mobiltier. Juhu! Wo geht's heute hin? Windec. Mit? Heldmaschine. Ja. Heldmaschine. Und wir stehen jetzt hier gerade dumm rum und können nicht weiter einpacken, weil wir auf wen warten? Auch Felix, wie immer. Aber immerhin haben wir gutes Wetter, oder? Wir haben immer gutes Wetter, wenn wir irgendwo hinfahren. Also wenn ihr wollt, dass ihr gutes Wetter habt, bucht uns auf irgendwelche Gigs. Guck mal, wer dabei ist. Das ist die Fähre. Schön, dass du am Start bist. Hast du uns vermisst? Ja, ich habe ganz doll geweint. Und der Holger. Könnte er mir sagen, dass er durch möchte, oder was? Auf wen warten wir seit einer halben Stunde? Felix. Hat er schon eine Million Kilometer unter sich? Nein, 111.000. Eine Million, dann wird er, glaube ich, nicht mehr fahren. Fähre, hast du ihn auf den Hintergrund? Nein, das war meine Hand. Eingedeckt. Auf wen warten wir? Felix. Auf Felix. Da ist er ja. Auf wen haben wir gewartet? Niemals auf mich. Gieß die Daune, Mario. Geil. Ach so. Wir vermissen jetzt Raoul so stark, dass Felix und ich angefangen haben, Raoul nachzumachen. Ach so. Das wusste ich gar nicht. Mario ist schon hart genervt. Ach so, das wusste ich gar nicht. Wo sind wir denn hier? Hör mal. Wo fahren wir überhaupt hin? Nach Leer oder nach Meier? Windeck. Windeck, Papa. Nach Windeck. Da ist es windig in Windeck. Oh Gott. Weiter geht's. Ja? Komm, mach fertig hier. Nicht hier lange rumeiern. Komm, nur mach aber auch. Ach so. Ach so, nach Windeck. Wie war die Fahrt? Alter, frag nicht, ey. Kurvig. Noch nie so viel Kurven gesehen. So, wir sind angekommen. In Windeck. Wir stehen schon wieder nicht auf den Plakaten. Das ist doch einfach ein Trauerspiel, ist dasла. So ist das halt, Support Band. So geht das nicht. Das ist natürlich schon nice yah, ne? Hallo. 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 Hallo, Hallo, Christian, last man? Hallo, Hallo. Hallo, hello. Hallo. Hey. Hast du da noch ein Mann drinliegt? Ja, ja. Du bist aufgefahren hier, meine Güte. Reiser Heldmaschine, Reiser Sobond. Merchstand Heldmaschine, Merchstand Sobond. Stagehand Heldmaschine, Stagehand Sobond. Oh mein Gott, so nah. Heute wieder Close-Up Day. Na bitte nicht wieder. Ich will nicht beim Elfen filmen, ja? Mach mal was lustiges. Wir machen einen Rundgang. Kein Problem, wir weiter. Na schmeckt das falsch? Ja, zum Fall Decker. Ich doch gerade noch. Ist doch fein aufgegessen. Gott sei Dank bin ich fertig beim Essen. Weil beim Essen filmen, ne? Das stimmt. Ich kleckere immer so viel. Ach, ich hab mein Letztchen vergessen. Mann, 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 Mann. Pause. Schadensbegrenze oder Panda? Das ist ein Wissen von beiden. Das ist ein Panda, der schadenbegrenzt. Ich zeige jetzt mal die heiligen Gemächer. Mein Tourguide. Wo wir den Johnny jetzt mal direkt vernaschen. Das ist ja riesig, Junge. Die Nasszelle? Die Nasszelle hier ist auch die Nasszelle. Boah. Und auf diesem Sofa, meine Damen und Herren, wird jetzt der Johnny vernascht. Also wird ausmachen jetzt. Noch 25 Minuten bis zum Aufprall. Jawohl. Ähm. Jawohl. Boah. Schon ganz gut, ne? Also... Können wir nochmal anfassen hier. Anfassen. Teddy. Ne, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Haben wir Bock? Sowas von. Boah! Das ist immer so geil. Boah! Wenn hier irgendwer in die Kamera... Irgendwie in die Fresse geil, wenn jetzt erst was kommt, habt ihr Bock? Und du hast schon 50 Mal gesagt, dass du Bock hast. Aber irgendwer holt immer noch eine andere Kamera raus und fragt, ob du Bock hast. Hast du Bock, Felix? Boah! Ich glaube, wir haben Bock. Ich glaube, wir haben Bock. Ich glaube, wir haben Bock. Und feststellt, dass die Leute, die einfach nur die ganze Zeit immer scheiße labern, dass du das nicht zusammenschneiden kannst, weil das einfach überhaupt nicht funktioniert. Ach so! Das musste ich gar nicht! Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf jeden Wackenwacken?